Liebe Messebesucher, hier von Du und Deine Welt, hier im Trendquartier, für Sie live vor Ort Markus Schenkenberg, das schwedische Supermodel, bekannt aus der Calvin Klein-Werbung. Markus Schenkenberg live beim Holzbiegen, hier im Trendquartier in der lebenden Werkstatt bei Du und Deine Welt. Muskelkraft pur. Oh, und er biegt es rum. Er biegt das Holz rum mit ganz viel Muskelkraft. Gar nicht so leicht ist das. Herr Schenkenberg, der designt seine eigene Fitnesslinie, hat eine Schmucklinie, also er hat viele eigene Linien und jetzt kommt eventuell ja noch eine Porzellanlinie dazu. Sie rät nice. Sehr lecker. Sehr lecker. Das biegt schon sehr. Herr Schenkenberg ist da. Er fährt Elektroauto, wie ich auch eben. Es war großartig. Es ist so kalt. Und man kann über 100 Kilometer fahren mit einem Schaden. Best of all, du bist grün. Du hast keine Toxen in die Umwelt. Ich denke, es ist sehr, sehr gut. Wir gucken, es ist sehr, sehr gut. Untertitelung des ZDF, 2020